So, willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir haben letzte Folge NGC umgebracht und jetzt geht es weiter mit den Wusi-Missionen, genau. Ich habe mal erst einmal einen gescheiten Weg gefahren, oder einen gescheiten Weg einmal ausrechnen, weil ich bin am besten mit dem Ohr steuern, der Wusi. Oh, ich glaube, irgendwie so. So, da wollen wir nun schon. Und da können wir da dort immer schön parken. Und ja, hallo Wusi. Oh, uh, upstairs. Stupid-ass motherfucker. Come on, Burschtone! Come on, go, 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 come on, you can do it! Ich bin Johnson. Ich bin hier für Wusi. Ich arbeite mit ihm. Ja, genau hier. Uh, du kennst von der Böse's Kurs? Kurs? Nah. Er ist blind. Blind? Aber wir waren gerade rauf die Kurs letzte Woche. Ja, ich weiß. Er ist glücklich mit unglaublich guten Fortunaten. Und der Triad, der würde irgendwas für ihn tun? Wir nennen ihn unsere Glückwunsch. Okay. Ich habe das in Ordnung. Gut. Wusi! Hallo, Karl. Hey, wassitin', Wusi? Now, how you doin'? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without, uh, damaging important business. Where I come in at? We shall see. Hey, I'm about to drop in on a local Triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me. And you'll see how we try out subtle things without recourse to unnecessary violence. Alright, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some bodywork done to it. Alright, don't trip. Yo, we'll need our car. We'll need our car. And... 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 We'll see what excuses they have to offer. Okay. So what's all this talk about business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. How do I fit in all of this? You're an outsider. Yeah, from one to four, we'll have a block for me and that's what we're going to do. Where is this? Now, where's that loose cobble? Hey, what the hell are you doing? Just checking the... You know, shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where are they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Yo. Okay, that's what we're going to do. Whoa, where do you want the other one? So. Ah, ist so blöd wenn man blind ist. Achtung! Achtung! Oh, Mann! Woosie! Was hat dich so spooked? Oh, sorry! Didn't see you lying down there! He's dead! They all are! The blood feathers wiped out? Die, die, lo! Forgive me! I was too scared to fight! So I hid! Enough! What happened here? Vietnamese surprised us! Cut us all down! Shit! Here they come again! So, dann nehmen wir da bisschen mal wieder scheißen. Kann ich da da, ah, nachladen? Oh, na, doch, Optionen, Steuerung, ah, zu Fuß. Ich glaub da gibt's ja richtig zum nachladen irgendwo. Hm. Na, geht's nicht? Er denkt schon. Na, bei geht ja auch viel, glaube ich, geht's dann bloß. Wollt's halt immer so machen zum nachladen. Au! Perfekt. Au! Da ist die Tür noch, guck mal. Ah! Auf geht's! So! So! Was haben denn da wieder euch? Was haben denn da wieder euch? Da sind euch! Ah! 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 Naja! Ah! Jaaa! Was meinst du da? Ich schneide den Mann mal an. Nein, hier ist nicht nachladen! Nein, hier ist nicht nachladen! Ganz schlechte Idee! da ist aber jetzt irgendwann nur einer wo ist jetzt so einer Dokumente Auto schnell ich wollte doch nur überhaupt mal sammeln also Munition so gast geben ja dann mach den mal hin wenn du unbedingt meinst du musst den hier machen vielleicht kann ich ein bisschen mehr halten weg 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 mann raus Thank you Carl Mist ja die sehen sie ach kurzer Schnitt so da sind wir wieder so mal schauen ob wir es jetzt schaffen go 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 ich habe aber keine Ahnung wenn wir die ZT machen müssen wir sind jetzt nur mal genauso bei Grot dass der Wusi halt einfach irgendwann anschießen dort aber ich hätte da nix auf der Karte oder ja dann kommt es mal ran naja aus dem Weg wo sich scheiß ja ja tolle Schicks oh der brennt der brennt der brennt der brennt wo 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 ja ja jawohl thank you Carl you saved me from having to kill them all myself ok let's get back toll das war jetzt zu einfach ah die Mission habe ich auch jetzt zweimal machen mein oh mein Gott oh mein Gott zwei Frames Scheiße was war jetzt los hier token of the times appreciation for what you did jawohl oh sorry jawohl oh 15.000 Dollar umgekriegt ähm und ich da dazu nächste Mission ist dann ah wieder wo sie Mission also bis dann